ja alles zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu star wars die die power belts und ja wir waren ja beim letzten mal in unserer jete runde angekommen quasi ne und wir haben beim letzten mal mit flocken das erste level durchgespielt der ist ziemlich stark und quake und hatten wir die haupt story mitgemacht und ja da würde ich mal sagen gehen wir nächstes mal rein mit wies window alles klar in das droiden schiff leute nicht wundern ich habe nur eine kleinigkeit getrunken deshalb deshalb war es gerade so still und ja dann bin ich jetzt mal gespannt wir sind wieder auf dem handelsföderation schiff und wir sind hier mit windu was hast du denn für eine macht war das ist habt ihr es gesehen das war ja heftig ist alter schweig schau ich mal mit windu an wow leute nicht schlecht der jede hier der hat style schaue ich den an ey richtig cool macht ihn noch weg da egal schaue ich das anfang der schmeißt einfach sein lichtschwert durch die gegend als machtstoße ist natürlich auch geil so viel agiler finde ich ne ja viel agiler so das ist eine granate eine ganz normale granate glaube ich oder wenn ich gleich mal ausprobieren was so was ist das jetzt hier da ist eine normale granate und bach genau geiler macht geile macht attacke und ja dann freue ich mich dass du mal wieder hier dabei seid beim guten alten star wars und wie wir jetzt hier mit meis windu weitermachen und was genau und ja dann habe ich dadurch statt nach wie vor gefällt und genau was eiskalt so und hier und hier und was das ist eine granate leute das ist eine stinknormale granate und ja dann jetzt mal weiter so zum dritten mal spiel ich das level jetzt schon aber es geht halt nur einfach darum um mal so ein gefühl für die anderen jedi zu kriegen na jetzt spielen wir mit meis windu ich fand den im film auch auch so cool er hat schon style wie er sein schwindelig schwert hier schwingt muss ich sagen und das ist so geil es wird sogar die kugeln ab hier das finde ich cool das hat schon style ja muss ich sagen und hier und wartet mal so und ja wie geht es euch leute wirklich mal interessieren erzählt mal was sie so macht im moment in der corona zeit das ist ja nicht viel los gerade überall aber dann zockt man halt ein bisschen mehr als es ist bei mir so ich zocke viel mehr in dieser zeit und dann dann baller doch ja gut dann schwing halt eigentlich schwert und dann so liebe leute ja meist wenn du ziemlich cool macht coole macht attacke muss ich sagen solche an und hier was 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 cool und ja schmeißt die fanate hin so das ist ein bisschen übertrieben gewesen aber mein gott und ja wieder mal erstes level einfach ein bisschen die neuen jedis austesten nein genau das wusste ich man das war zu schnell kann nämlich eiskalt hier runtergeballert und schon wieder runtergeballert das ist doch nicht wahr so das ist doch nicht wahr und ich baller nämlich einfach hier runter wie oft noch leute das erste level ich bin doch mit blokon nicht die ganze zeit hier runtergefallen was soll denn das ja so ist aber mit konzentration so jetzt aber mit konzentration hier so ich war einfach konzentriert so einfach unkonzentriert gewesen so was sind die droide und du kannst mir gestohlen bleiben da so hallo ihr bein und und was was sehr schön geile sounds so da bin ich aber auch schon hier bei diesem teil bei diesem komischen metall viel richtig genau metall mülleimer du siehst aus wie ein mülleimer ehrlich das sieht so komisch aus das ding so dann und hier beim da und raus da komischer metall mülleimer gehörst du die müllpresse so wie du aussiehst das ding ist echt easy also ich kann hier noch zwei mal lieben wie okay und hier und das war schon so dann schmeiße ich dem ding gleich noch eine granate hin wo die war sogar daneben okay interessant ey 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 was was zur hill ist so und bam die granate war sogar daneben oh man peinlich peinlich ja gut und zack und hier macht was sehr schön jawohl so dann haben wir die szene und jetzt sind wir wieder hier bei dieser ekelhaften szene wo ich bloß nicht runterfallen darf so und hier geht es jetzt weiter jump and run action trials genau und dann würde ich sagen oh nein verdammt das habe ich mir doch fast gedacht dass das wieder passiert so aber nicht schlimm wir waren nicht weit weg alles gut alles gut immer geschmeidig bleiben ja so das ist so mein motto auch im alltag immer geschmeidig bleiben egal was passiert hier so seht ihr das wenn wir geschmeidig bleibt immer geschmeidig bleibt dann passt das so und hier bam und was und was genau so hier und hier so weiter geht's und was so liebe leute machen wir einfach mal weiter ähm so dann ist so ein macht ding ne genau dann macht apropos war stärker bis jetzt muss ich tatsächlich sagen so und die macht ist halt geil das sieht halt geil aus ne von mir wie er sein laserschwert schwiegt naja meis window hat schon style ich fand den film auch immer so cool ich weiß nicht warum obwohl der immer nur nicht in der hauptrolle war aber ich fand meis window immer cool ich weiß nicht warum er sieht einfach auch cool aus finde ich so dann dann hier durch das kennen wir ja mittlerweile alles aber die mechanik ist halt immer eine andere bei jedem jedi ist es eine andere der stehe der schwingt halt sein lichtschwert mehr und ist viel agiler schaut euch das mal an hier der bewegt sich viel mehr naja gut und hier war genau hier noch mal so was sehr gut dann sind wir auch schon wieder hier an der szene alles klar alles klar mich ist wie ein du so dann block halt die schüsse ab hier und bam und putz hey ich hab gesagt putz ich hab putz gesagt hier so und macht komm mach hier den patz 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 so genau und ja liebe leute dann patz patz richtig cool so und hier bam da wunderbar Leute das läuft auch wie geschmiert hier ja wie gesagt ich glaube ich habe mit Qui-Gon den schwierigsten jedi zum netplayen ausgesucht was findet ihr also habt ihr das spiel auch gespielt falls ja welcher war für euch der schwierigste jedi erzählt mal würde mich interessieren wie gesagt das kommt mir jetzt alles ein bisschen sehr einfach vor hier mit den anderen aber gut gut dann müssen wir ja hier hoch genau und bam und bam bam genau so und hier noch eine Handgranate sehr gut dann ist auch schon ey sind wir schon voll weit hier oh ach der Bereich ja okay einfach hier einfach hier durchlaufen so patz patz hey hey ey was bist du unverschämt hier sei nicht so unverschämt droidenpack 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 ach ich hab meinen oh ach schaut mal da unten Leute das habe ich beim letzten mal gar nicht gesehen dass da so ein ja so dass da so ein Vollheildings ist ey vier Handgranaten und mega Lichtschwert und bam hier gar nicht gesehen das Item ey nee 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 und hier macht eine Macht komm und patz 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 sehr schön so und bam so jo noch einmal Macht hier patz 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 geil geile Machtattacke ey wirklich so dann sind wir schon wieder bei den Druidikas das geht echt schnell ey so die Druidikas mache ich einfach mit Handgranaten weg jetzt ich meine wir haben es ja so und und patz und bum bum ah komm her komm her aua na verdammt na gut die waren doch nichts ey so dann wir mega Lichtschwert und hier und bam ja einfach wirbel mit dem Lichtschwert ey das ist echt krass so dann bam und hier wieder bam so die Sounds ey einfach nur geil so aua ey hört ihr auf na dann komm hier so muss man muss man manchmal in Bedrängnis hier machen was ist das jetzt was ist das hier für ein Item okay alles klar nichts Negatives ist das schon mal gut oh mein Gott ich bin schon am Ende des Levels das ist doch nicht deren Ernst jetzt das ist doch nicht deren Ernst was also da hätte ich aber mit länger gerechnet äh Leute ja gut dann wird das halt jetzt eine sehr kurze Folge sorry aber wir machen jetzt hier noch den Bosskampf dann wird das wohl eine 20 Minuten Folge oder so so dann sind wir jetzt nämlich schon an dem Ding hier und äh schon der Endboss bam das war's schon ja ja gut je öfter man das erste Level halt hintereinander spielt desto schneller geht's auch ne ist halt so okay gut dann wieder den Endboss hier so und bam mach hier mach so zack oh man dann trifft das Ding noch nicht mal ey so und bam so genau das ist ja das Geile dass er mit der Macht halt auch diese Schüsse deflektieren kann das ist halt so und bam na komm dann und bam so sehr schön einfach nur stehen bleiben das ist so bescheuert ey gut Leute alles klar und bam bam und hier wieder so zack da stellt er sich schon auf das geht ja echt easy ey das ist echt easy und bam so und hier komm hier bam 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 ey so alles klar Mace Windu hat schon Style vor allem seine Machtattacke die mag ich die mag ich echt so ah und dann hier komm und dann hier bam so alles klar vor allem die Machtattacke wie gesagt die finde ich echt extrem stylisch so die hat schon Stil ja und bam und hier komm vor allem auf beide Seiten das ist ja so geil okay und bam ja es wird eine 20 Minuten Folge oder so na und batz oh ich hab keine Macht mehr oh 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 okay oh da muss ich mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen was bewegen oh man oh man so ey nicht abwehren das ist uncool und bam so bam so ja ja so jetzt ist es weg sehr gut bam und hier batz haben wir es wir haben es das erste Level ja ja okay gut liebe Leute boah Meswindow mit dem hatte ich es noch einfacher gehabt als mit Blokonen irgendwie nein bitte nicht speichern ja die Sümpfe von NABU könnte ich jetzt auch noch sogar noch ein bisschen reinschauen ach weißt du was das mache ich auch oder ja kommt ein bisschen Meswindow Zeit ist immer gut dann schauen wir noch ein bisschen ins zweite Level rein hier bis zur 25. Minute ich will ja alle alle gleich behandeln hier so ist die Mucke schon wieder weg so ey so gut Leute ey so mach mal Macht hier bam 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 so da fühlt man sich schon echt mächtig bei diesem Machtstoß muss ich sagen ey so na komm so putz hier alles klar und hier auch wieder putz putz so wieder Machtstoß bam 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 das ist schon geil ja muss ich sagen ey mach wieder Macht komm schwing dein Lichtschwert bam sehr gut alles klar dann Jar Jar hi Jar Jar Bees ja ja ist ja gut achso ich muss nur diesen Tieren jetzt ausweichen genau wegen diesem Panzer da stimmt Leute stimmt alles klar dann na komm ähm es hat sich aufgehangen es hat sich aufgehangen ok naja gut eben hat sich es aufgehangen habt ihr gesehen ähm cooler Bug auf jeden Fall lustiger Bug gut ähm dann einfach abhauen einfach abhauen ach diese Level ne das zweite Level das war so einfach auch aber gut so dann haben wir das geschafft hier so dann und bam so Leute sehr schön Jar Jar ist weg hier was ach schaut mal was ich da hinten auch wieder übersehen hab hier so wieder Powerlichtschwert und und putz hier so sehr schön Leute das macht doch Spaß bam ja ich hab meinen Spaß mit Mace Windu wie ihr seht oh ja jetzt hier bam es ist so geil es ist so geil schaut euch das an diesen Machtstoß schaut euch diesen Machtstoß an wow wow ähm ok hier bam hui oh Leute macht mich nicht verrückt hier ich hab fast kein Leben mehr da oben ja oh Gott da oben so alles klar bam hier so dann ey so ey so mach die Macht komm bam kannst du mal treffen der trifft nicht ey was bist du denn für einer hast du gesoffen der hat gesoffen anscheinend ja der hat keinen Bock naja gut also noch mehr ähm und hier bam so so praktisch dieser Machtstoß ey oh nein das nehm ich nicht in dem Fall wobei das ist auch Glück ne genau das ist Glück das Item so ah jetzt kommt diese Jump and Run Passage hier ja gut okay aber die ist ja nicht schwer schaut euch das an wie schnell wir jetzt hier hoch gehen ja klar wie schnell wir jetzt hier hoch gehen ey ich sollte sowas nicht mehr sagen so what the fuck wie schnell wir hier hoch gehen ja hm lustig fail na gut so jetzt aber und putz und bam so so das ist doch easy ey so so Leute ähm dann geht's mal weiter ach du scheiße und hier na komm genau und batz so ich weiß noch wie ich voll Schiss hatte hier am Anfang ey am Anfang des Let's Plays das war vor Weihnachten ey ah daneben geschmissen verdammt hat aber glaube ich trotzdem eingetroffen sehr schön sehr schön okay ich weiß noch wie ich vor Weihnachten hier hing ey so bam 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 und hier bam genau so mittlerweile ist das ja machen wir einmal machen wir halt mal und bam bam so wow wow okay drei auf einmal und bam hier und putz so genau so Leute ähm ich hab ja gespeichert oh man ich nehm's auch irgendwie nicht so ernst gerade weil's ja halt nicht im Hauptbildplay ist ne so aber manchmal hab ich auch die Erfahrung gemacht wenn man das nicht ganz so ernst nimmt dann geht das auch dann geht das auch besser ja tschüss sehr schön Leute ey so ich weiß noch wie ich vor Weihnachten echt hier Probleme hatte ja ja jetzt hab ich auch hier die Probleme verdammt so dann dann schieß verdammt verschwendet den Scheiß ne man dann ach komm so Leute wie gesagt wow verdammt noch mal ja gut ähm bam 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 so genau ja so okay dann ja gut ich merke aber auch schon gerade wir sind in der Minute 24 gut ich gehe am besten hier raus bevor das noch peinlicher wird okay gut Leute ähm ich will sagen mees Windows ist echt ein cooler cooler Jedi nein ja weil ich kann sagen Jedi und ähm ja wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da dass die Glocke läuten würde mich sehr freuen und ja wie es dann hier beim nächsten Mal mit Ruby Wan Kenobi weitergeht sehen wir beim nächsten Mal und ja dann würde ich sagen wenn ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschüss tschüss